Der Cimarron Uruguayo ist eine von der FCI provisorisch anerkannte Hunderasse aus Uruguay. Herkunft und Geschichte Eine Theorie zur Herkunft der Rasse besagt, dass spanische Kolonisten Hunde nach Südamerika mitbrachten, die sich vermischten. Viele davon verwilderten und bereiteten den Schaf- und Rinderzüchtern Probleme. Ende des 18. Jahrhunderts wurden daher zahlreiche Hunde getötet. Gleichzeitig aber entdeckten Grundbesitzer die Vorzüge dieser Hunde und begann, sie zu nutzen und zu erhalten. Seit 1989 ist die Rasse vom Uruguayischen Zuchtverband anerkannt. Im Jahr 2006 erfolgte eine vorläufige Anerkennung durch die FCI. Beschreibung Der Cimarron Uruguayo ist ein eindeutig molosserartiger Hund, mittelgroß, durch seine Zeit als Wildhund sehr robust, temperamentvoll. Das kurze Fell sollte gelb sein oder gestrumpft in allen Tönungen, rein weiß oder ganz schwarz ist nicht erwünscht. Der Kopf ist mächtig breit mit relativ kurzen Fang. Die nicht zu großen Ohren liegen an den Wangen an. Die Rute wird säbelförmig herabhängend getragen. Wesen Die Rasse wird als gut erziehbar ausgeglichen, unerschrocken und gegenüber Fremden misstrauisch beschrieben. Verwendung Er wird als Jagdhund, Wachhund sowie für die Arbeit an Rinderherden verwendet. Er wird als Jagdhund und Erleicht, wachhundig herabhängend getragen. Wir schauen, was er für die Arme steht. Untertitelung des ZDF, 2020